Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Da! Setz dich doch! Ich habe uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was sollen das werden? Ich muss das jetzt meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid. Maiko, steig! Nein, ich hab nicht mehr was, ich hab nicht mehr Zeit gehabt, nicht mehr im Interview. Steig! Ich hab nicht mehr Zeit, auf den Wochenende. Ich hab nicht mehr Zeit, dass wir uns mitmessen. Und die Quatsch, ich zähle mich mal, Maiko. Und wir wollen das, dass wir uns mitmessen. Ne, aber nicht, dass wir uns mitmessen. Ich habe ein Moment. Sabine, ich hab mir, ich hab. Sabine? Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020